Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht's? Willkommen zurück zu CubeLive Island Survival Staffel 2. Ich wünsche euch einen guten Morgen. Es ist gerade 5.10 Uhr. Ich bin gerade auf den Beinen gekommen und auf den Beinen gekommen. Wie pervers klingt das denn? Kai, bitte, wenn es sich nicht irgendwie vermeiden lässt, nimm den Part bitte direkt neu auf. Ne, dazu bin ich jetzt zu faul. Nein. Nein! Was haben wir beim letzten Mal gemacht? Wir haben, ja, eigentlich was ziemlich Einfaches gemacht. Wir sind hier auf die Ureinwohnerinsel gekommen. Die alte Drecksau. Und haben angefangen uns das erste Haus zu errichten. Schaut mal, wir fangen gerade schon frisch an. Wir müssen nur das Haus ein bisschen krasser ziegeln. Ziegel mit Holz, ihr wisst Bescheid, ne? Ich meine, seit wann macht man das nicht mit Holz? Nein, aber wir müssen das Haus neu legen, weil wir haben gemerkt, es ist mir zu lang. Es ist aber nicht breit genug. Und ich würde sagen, die Breite ziehe ich bis hier hin. Und dann passt das. Wobei ich auch sagen kann, ich kann es vielleicht noch ein bisschen länger ziehen, ne? Wir werden mal sehen. Wir brauchen aber definitiv noch ein bisschen Holz, weil ich habe in den Kommentaren sehr, sehr viele Sachen gelesen. Wenn sie mir weiterhelfen können auf meinem Weg als Cube Life Gott, ne? Bevor mich diese ganzen Ureinwohner endlich mal Gott nennen. Und zwar die Tatsache, dass man wohl, jetzt hör auf rum zu heulen, dass man gar keine Kokosnuss mehr zwanghaft braucht, um quasi, ja, die Durstanzeige zu füllen oder zu leeren. Je nachdem, wie ihr wollt, ne? Je nachdem, wie da der Blickwinkel ist. Warum denn? Es gibt einen Kokosnusseimer und das habe ich explizit in den Kommentaren erfahren. Deswegen danke nochmal dafür. Sehr, sehr cool. Und, ähm, das heißt schlicht und ergreifend, dass das ganze Sammeln der Kokosnüsse irrelevant ist. Denn dieser Kokosnusseimer, ich dachte mir erst mal, was? Kokosnusseimer? Ist das so ein Eimer, der irgendwie aus, äh, weiß ich nicht, Kokosnussaromen besteht? Und wenn das mit Wasser gefüllt wird, kann man Kokosnusswasser trinken? Nein, das ist komplett, äh, banal und easy. Und zwar, ihr habt einen Eimer bestehend aus, ja, Kokosnussholz. Und, da lasst ihr Wasser rein auch und könnt das Wasser trinken. Total easy eigentlich. So, was ich dafür aber brauche, ist erstmal das Kokosnussholz. Ist klar, ne? Zweitens aber auch, diese ganzen Sachen, die man hier auf dem hohen Gras finden kann. Weizen oder was das ist. Ich hab keine Ahnung. Es scheint mir Weizen zu sein. Es, äh, ich würde es in Minecraft Weizen nennen. Sagen wir es mal so. So wie das aussieht. Ne? Oder sagen wir einfach Gras. Sagen wir einfach Grashalme, die wir quasi zu Seilen verarbeiten. Denn das brauchen wir auch. Seile. Und nicht nur dafür. Ich hab noch was Wissenswertes gelesen. Etwas ziemlich Wikipedia-Tendo-HD-lastiges. Und zwar die Tatsache, dass man sogar Herr, Kinders. Türen bauen kann. Türen! Ne? Das ist unter anderem der Grund, warum auch gestern kein Part kam. Nochmal sorry dafür. Aber ich wollte einfach so die Kommissare durchlesen und wollte das alles erst mal so ein bisschen... Wieso denn? Das war doch nicht mehr in der Nähe der scheiß Stadt. Willst mich doch verarschen. Toll, jetzt hab ich eine Verwarnung, weißt du? Schön. Wenn ich nochmal einen Fehler mache, killen die mich. Ich speichere trotzdem. Weil ich denke, wenn man sie ein paar Tage lang so in Ruhe lässt, sind sie sowieso wieder best friends mit einem. Kann man so sagen. Und von daher passt das. Ne, aber man kann Türen machen. Und ganz ehrlich, diese Kokosnuss-Eimer-Idee, die ist so super. Die werde ich mir glatt aneignen. Und auch das mit dem Wasser. Ich hab's ja schon mal angesprochen, dass wenn man unter Wasser geht, wird die Musik dunkler. Tiefer. Das ist einfach dieser Wassereffekt. Klar, haben auch einige in den Kommentaren gesagt. Aber, wenn selbst, ja, ich weiß nicht. Wenn selbst die Stimmen so richtig dunkel und tief wären, hört sich nicht so ganz geil an, oder? Ich denke nicht. Naja, so viel dazu auf jeden Fall. Ich denke, wir hätten genug von dem. Gras. Okay, man sagt dazu Gras. Alles klar. Was aber auch cool ist, schaut mal, das Gras bewegt sich sogar. Ich weiß gar nicht, ob es schon vor dem Patch so war, aber es sieht cool aus. Ich mein, ich hab verdammt nochmal Gras abgebaut. Wie schlimm ist das bitte, ne? Wie kann ich es wagen? Das heißt aber auch, ich darf das hier nicht abbauen. Das ist dann einfach nur Dekoration, oder wie? Also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Okay, stolzes Ureinwohnervolk. Schön und gut. Aber, hä? Hä? Ich mein, ich darf doch auch neben dem Schafszaun. Nicht Schaf. Schweinszaun. Neben dem Schweinezaun darf ich doch auch alles abbauen, was mir da in den Sinn kommt. Und da holt auch keiner rum. Und auf einmal bei Gras hört der Spaß auf, oder was? Oh mein Gott, er hat Gras abgebaut. Killt ihn. Los. Ne, sorry, Alter. Das kann ich jetzt nicht verstehen. Aber okay. Hab ich mich auch schon wieder genug über das Spiel ausgemeckert? Es scheint so. So, das ist ja meine Fackel, deswegen halt du bloß die Fresse. Ja, dankeschön. Ich glaube aber, sobald ich etwas hier drauf platziere, ist der Spaß vorbei. Dann greifen die mich an. Ich sehe es schon so kommen. So, wo ist mein Crafting Table? Da ist das Crafting Table. Stelle ich dann, ja mal so, soll ich da hinstellen? Kann ich auch da hinstellen, ist kein Problem. Was komisch ist, ich habe gar kein Gras gesammelt. Hm. Noch mal so eine kleine, ja, Sicherheitsspeicherung. Einfach weil, wenn irgendwas passiert, bin ich gesichert. Muss das zwar wieder 30.000 Minuten warten, bis ich hier ins Spiel ankomme, aber okay. Nein, so krass übertrieben ist es nicht. Ach ja, und um noch so eine Kommentarfrage zu beantworten. Von wegen, ja, Kai, warum hast du da so eine komische Zeit? Geht die Zeit bei deiner Wii U vor oder so? Leute, das ist immer noch ein Spiel, was auf Englisch läuft. Und in England, so wie in Amerika ist es so, oder ich glaube, es ist nur in Amerika so, dass das Datum in Sachen Tage, Monate vertauscht wird. Da ist also quasi nicht der Tag an vorderster Stelle, sondern der Monat. Jetzt verstanden? Wir haben also den 14. Januar zum Zeitpunkt der Aufnahme und das heißt, ihr wisst Bescheid. Muss ich wohl nicht mehr viel zu erklären, wer? Hoffentlich. Okay, machen wir mal die Seile. So macht man sie. Na? Sehr schön, wir können jetzt acht Seile machen. Cool. Und besonders ist das sehr cool, ja. Gut, dann gucken wir uns mal den Kokosnuss irgendwas mal genau an. Der Kokosnussbucket, der Kokosnusseimer. Und zwar braucht man dafür erstmal fünf Kokosnusholz und drei Robes. Also quasi drei Seile, wisst Bescheid. So. 80 Holz, das sollten erstmal genug sein an Planks. Probieren wir es aus. Macht doch irgendwie Sinn mit den Eimern, ne? Das macht irgendwie schon Sinn. Weil Ja, was ist das mit den Eimern? Mit den Seilen, weil man muss ja quasi auch irgendwie den Eimer transportieren, ne? Das Ding ist, ich glaube, er hält sogar ewig. Er hält echt ewig. Und falls ihr euch fragt, wie man jetzt trinken kann. Ihr seht, bei ZL kommt direkt schon so ein Essensgeräusch. Aber es füllt sich nichts auf. Ganz einfach. Man muss den Eimer quasi hier in diesem unteren Inventar lassen. Und dann muss es regnen. Und dann füllt sich der Eimer auf. Das sieht man dann an der Anzeige dort unten. Total coole Idee. Also total cool. Das heißt, man ist nicht mehr auf diese ganzen Ressourcen angewiesen. Also auf Kokosnuss jedenfalls. Sondern auf den Eimer. Und dann kannst du Wasser trinken. Total cool. Also ganz ehrlich. Das finde ich richtig krass. Coole Idee. So. Nächste Sache. Und zwar Und zwar und zwar und zwar und zwar die Tür. Ja, wir wollen uns eine Tür bauen. Muss man ja ganz klar so sagen. Und zwar braucht man dafür jetzt vier Planks an Kokosnussholz und noch zwei Seile. Wenn das so ist, dann ist das so. Ich glaube, das sah so aus. Ich habe es wieder vergessen. Aber ich denke Ich denke, ich sollte mir das gemerkt haben. So ist es. Eine Tür. Gibt es auch neue seit diesem Update. Total cool. Muss ganz ehrlich sagen. Richtig krass. Türen. Ne? Hat was. Hat auch was. Und ich würde sagen jetzt fangen wir damit an. Was machst du in meinem Haus? Raus. Mann. Gibt es immer diese Frauen, die in mein Haus kommen? Raus mit euch. Wer hat euch bezahlt? Meine Fressen. So. Stalker. Raus fange ich an zu speichern. Geht die auch schon weg. Er leckt mich doch am Zuckerli. So. So ein Erdboden wäre nicht ganz schön. Habt ihr recht. Habt ihr denn eine Idee, was man sonst so machen könnte? Ja. Ganz knackig. Ein Holzboden. Ich würde sagen, ich mache da diesen Plankboden. Ähm. Bestehend aus dem Kokosnussgedöns. Ne? Ich finde, das passt einfach zu gut. Das ist so eine rote, so ein rotes Haus. Dazu noch ein weißer Boden. Das ist okay. Ich könnte natürlich auch hier, ähm, diesen Steinboden nachmachen, aber ich denke, das wird viel zu lange dauern und deswegen nein. Hey, in der Luft hängende Sachen. Cool. Ja. Ich scheiße jetzt mal auf eine Spitzhacke. Ich mache es per Hand. So muss das sein. So, was haben wir in diesem Part ja noch so vor? Ich habe ja gesagt, ja, das Haus. Gucken wir uns an. Wir wollten ja noch Perlentauchen gehen, ne? Aber ich denke, dazu werden wir in diesem Part nicht mehr zukommen. Ich will erst mal gucken, dass ich das Grundgrößte des Hauses fertig mache. Sprich, die Planks als, ähm, Fußbodensätze. Dass ich dann quasi auch noch sage, okay. Parallel dazu mache ich auch noch die Wand ein bisschen höher. Wobei das halt mit dem Holz komisch ist. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Holz das ist. Das kann sein, dass es dieses Mango-Holz ist. Ich glaube, es ist das Mango-Holz, weil ich glaube, das war auch ziemlich orange. Was das ja auch in Wirklichkeit ist. Verpiss dich! Du bist kein Pikachu. Die sagst du bestimmt so, Pika Pika, ne? Also, ne? Ich bin Pikachu, ne? Nein, bist du nicht. Weg. Weg. Weg! Du stößt auf meinem Haus. Das ist mein Grundstück. Ich zahle ja täglich Miete. Weg! Ey, Mädel, der Boden wird immer dünner, ne? Du weißt Bescheid. Ey, ich sag's dir. Gleich knallst du runter, ne? Und wenn du dann, wenn du dann auf die Idee kommst, mich anzugreifen, ja? Dann bist du einfach eine dumme Schlampe. Weißt du Bescheid? So, ich würd sagen, da mir das jetzt zu brenzlig wird, ähm, werde ich speichern. Wobei, ich kann mir eine Sache vorstellen. Wenn ich, äh, den Boden unter ihr wegbaue, bleibt sie, glaub ich, in der Luft stehen. Weil ich glaube nicht, oder ich bin mir nicht sicher, ob die Entwickler daran gedacht haben, dass man sie zu Boden fallen lässt, wenn man jetzt, ähm, sag ich doch. Ah, wobei, es kann sein, dass, dass, dass es wegen dem, äh, ja, okay. Okay, dann haben die Entwickler doch daran gedacht. Alles klar. Sorry. War nicht so gemeint. Geile Sau. Geile Sau. Komm schon, jetzt baue es ganz anständig an. Komm schon. Bau doch einfach. Ja, guten Tag. Was möchten sie von mir? Möchten sie mir unbedingt die Pupe schmatzen? Ja, hab ich mir schon gedacht. Sie dürfen gerne, äh, an mein Hüschen, aber erst mal muss ich gucken, dass ich dieses verdammte Haus fertig stelle. Sie wissen ja, die Arbeit ruft. Ja, genau. Sie wissen Bescheid. Okay. Ist ja gut, dass man sich so alle leicht versteht, ne? Also, ja, Hubabuba kriegen sie als Bezahlung. Habe ich ihnen auch schon, äh, da zurechtgelegt. Liegt auf dem Crafting Table. Können sie sich gleich nehmen. Aber erst mal, äh, wie gesagt. Ja, ja, wie gesagt, Hubabuba ist okay. Sie brauchen sich nicht wiederholen. Ich habe sie schon beim ersten Mal verstanden. Kommen sie. Jetzt reiß dich zusammen. Mach. Ja, nein, sie sind immer noch kein Pikachu. Oh, das gibt mir alles so auf den Sack. Ich gehe erst mal weg. Lassen sie mich in Ruhe. Aber wenn ihr nicht gleich weggeht, ne? Das mit dem Blowjob war natürlich nur ein Witz, weil die ist so billig. Ich mache es doch mit jedem. Ach ja, immer diese schönen, äh, das ist ja Erde. Ah, ich bin so dumm. Wollte schon sagen, Alter. Ich bin schon fast so dumm wie diese Bewohnerin da. Meine Güte. So, das schmeißt die Scheiße da weg. Ich brauche die nicht. Dankeschön. Genauso wenig wie die Erde. Wo liegen die eigentlich jetzt? Ah, ist mir egal. Gut, da würde ich sagen, jetzt haben wir jetzt noch ein bisschen Kokosnussholz. Halt für den Boden. Ich denke, dass das auf jeden Fall reichen würde. Ach, komm schon. Bin ich echt so tief gesunken? Wahrscheinlich. Also, es darf auch ruhig mal wieder regnen, damit ihr das nämlich bestaunen könnt, wie ich das meine mit diesem Mango, äh, nicht Mango, mit diesem Kokosnusseimer. Aber ich denke, ihr glaubt es mir ja sowieso aufs Wort, deswegen passt das schon. Und das Mangoholz, dann lasst uns das abbauen. Oder war das kein Mangoholz? Doch. Doch, ist es. Ich wollte gerade schon sagen. Wehe, da kommen wieder diese verdammten Sticks raus, ey. Meine Güte. Ich werde mich ja wohl verarschen hier. Ist ja wieder ein, ein Witz ist das. Wo ist die, ey? Wolltest du mir doch einblubbern? Dann halt nicht. Ich denke, sie macht sich nur hübsch für mich. War das voll unnötig, das war das sowieso voll die Bitch. So. Die letzten Planksholz werden gesetzt, dann. Ich bin mal so froh, nehmt mir die Eier weg, ne? Ich mein, ihr seid sowieso so dumm und hebt die nicht auf. Ihr haltet die, die Hühner bestimmt nur so aus, weiß ich nicht, Spaß an der Freude. Wie dummen Idioten. Jetzt sagt man aber nicht, dass das hier mit dem Holz nicht ausreicht. Es muss ausreichen. Klar, dass es reicht. So. Gut, der Boden ist gesetzt. So muss das sein. Ich stelle hier noch ein paar Fackeln in, damit es hier ein bisschen heller wirkt. Weißt du Bescheid? So, würde ich erst mal sagen, hier eine. Dann auch hier eine, so, ne? Klar. Gut, dann wollen wir mal hier die, letzten Hauswände setzen und zwar, ich zähl mal kurz durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Bedeutet, die Mitte sollte bei sechs sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs oder sieben. Ja, das kann auch sein. Da brauchen wir zwei Türen. Ne? Wir gucken mal. Wir zählen das mal ab. So, eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann machen wir uns zwei Türen fertig. Das ist okay. Wir müssen auch noch mehr als genug. Ah, mehr als genug ist witzig. Ich habe nämlich nicht mehr als genug. Ich habe sogar eine zu wenig. Ich brauche vier Holzplanks. Und wie viele habe ich an Kokosnussholzplanks? Richtig. Zu wenig. Eine zu wenig. Geh doch da dran, du Menus. Du, du Menus. Geh da dran. Ach, ich, ah, okay. Okay. Ja, komm, dann schmeiß die Limeberries weg. Braucht doch sowieso kein Schwein. Hallo, kein Schwein braucht die. Hallo. Ich finde es echt krass, wie schnell die Zeit hier im Cube Life rumgeht. Das ist halt echt so wie in Minecraft. Man, man craftet vor sich hin und die Zeit ist schneller umgegangen, als einem lieb ist. Das ist halt echt krass, Alter. Total heftig. Okay, zweite Tür. Warte mal, ich habe die doch gebaut. Nein, habe ich nicht. Ich bin so ein Brain. Ah, Junge, Junge, Junge. Kamen die Türens Decken? Ich hoffe doch. Ja, das geht. Cool. Die geile Sau. So, damit ich die Grasblöcke irgendwie ergonomisch platzieren kann. Und was heißt ergonomisch? Ich sage immer ergonomisch, ne? Habe ich jetzt den Erdenblock kaputt gemacht? Anscheinend. Ja, dann spart nicht aus jedem Erdabbauen eines Erdenblocks. Einen Erdenblock. Sondern er geht auch dann kaputt. Nicht mal, aber umweltbewusst. Ne? Das war die umweltbewusst platzieren, so muss das sein. Dann bau mal an. Wie, er will die nicht anbauen. Hallo, das sind verdammt noch mal Türen. Junge. Er will die echt nicht anbauen. Wieso macht er das denn nicht? Hä? Oder muss man die so in der Höhe so platzieren? Oder ich habe keine Ahnung. Wie habe ich das jetzt gemacht? Wie habe ich das jetzt gemacht? Das checke ich jetzt gerade nicht. Wie habe ich die platziert? Entweder ist es total buggy, wie man die platziert, oder ich verstehe es nicht. Ey, Jungs, Mädels, ich checke es nicht. Ey, ich habe keinen Schimmer, ne? Das ist so random. Das ist einfach so random. Guck dich mal die Türen an. Die stehen auch random. Ich hoffe, wenn ich euch abmache. Die gehen kaputt, wenn man sie abmacht. Wie scheiße ist das denn? Nee, ne? Nee, oder? Das ist doch echt ein schlechter Witz jetzt gerade. Ach, komm schon, ist das dein Ernst? Ey, ich muss sagen, ne? Das mit der Tür war mal wieder total gut gemacht, nicht? Oh nein, oh nein, bevor ich das jetzt abbaue. und zu einem Dorf bin. Aber Leute, da müsst ihr zugeben. Das war doch schlecht, oder? Ich meine, ihr habt gesehen, ich habe überall probiert, die ganzen Türen hin zu pflanzen. Was ist passiert? Ich habe Gras gegessen. Na toll. Stimmt, das kann man ja auch. Richtig, das haben ja auch einige von euch gesagt, dass man Gras essen kann. Ich weiß zwar jetzt nicht, wo der Sinn dahinter liegt, Gras zu futtern, aber ich meine, hey, wer es geil macht, dem macht es geil. Ja. Ich meine, wenn ihr darauf steht, von Gras vernascht zu werden, dann will ich da euch keine Steine in den Weg legen. Was ist der Bescheid, ne? Oh, ich könnte jetzt aber wieder zu einem Dorf sein, ne? Ich check das nicht. Was gibt mir das Recht, Gras abzubauen oder auch nicht abzubauen? Ich check's einfach nicht. Ne, du bist doch viel zu nah dran. Ne, jetzt, jetzt wollen wir dich jagen. Du geile Sau. Ich check's einfach nicht, weißt du so? Jetzt bin ich so richtig nah am Dorf und baue was ab und keiner sagt was, aber sobald ich da mal oben hingehe, No, if I do scheiße, they will eat me here. Ja, ja, genau. Aber okay. Ich hoffe ja übrigens, dass die ganzen Erdensachen nachwachsen, ne? Dass wenigstens die nachwachsen. Du dummes Sau, was machst du da? Gegen die Wandrenner, sehr intelligent. Ja, ja. Leute sagen in den Kommentaren immer, die sind intelligent. Guck an, guck an, laufen gegen den Baum. Schön intelligent. Die haben Ahnung vom Fach, ich weiß das. Die haben das studiert. Die haben das, die haben das gegen die Wand laufen studiert. Ja gut, ich glaube, ich finde hier kein Gras mehr. Ich denke, ihr seht auch gerade gar nichts mehr. Weil in der Dunkelheit ist es auch bei Minecraft total schwer, da euch noch das Blickfeld zu zeigen von den ganzen Geschehnissen. Deswegen gehe ich lieber wieder in die Stadt. Ich habe 14 von diesem Weed-Ding. Gras. Wieso denn? Ich check das nicht. Es ist so dumm, weiße, es ist einfach so dumm gemacht. Ja, das ist einfach so dumm. Ich check das einfach nicht, weißt du so? Auf einmal, ich bin in der Stadt, baue was ab. Äh, ja, hier, fotzen. Ich verstehe das nicht. Sehr intelligent. Mir wurde in die Kommentare geschrieben, das sind sehr, sehr intelligente Geschöpfe. Ja, ja, genau. Weißt du, ich bin auf einmal so zwei Meter neben der Stadt, baue da so ein scheiß Holz-Ding ab. Was heißt Holz? Gras-Ding ab. Die sagen nichts. Dann, das gleiche Szenario noch einmal und auf einmal greifen sie mich an. Ja, ist intelligent. Ich sehe das schon. Ich merke das. Total. Gut, ich würde sagen, das wäre es von Part. Ich werde dir diese 14, 15 Gras-Dinger offscreen nachsammeln und dann sehen wir uns wieder, wenn ich das geschafft habe. Bis dann. Haut rein. Ciao.